So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls. Wir werden versuchen, heute den, it's a trap by the way, den Schmetterling und eventuell auch noch Sif zu legen. Wir gucken mal. It's a trap! Ja, 100 Seelen für so'n Baum ist halt schon lächerlich irgendwie, ne? Also. So. Boah, die waren auch nervig hier, Junge. Ich liebe dieses Game, ne? Grüne Blüte. Mann, verpiss dich! Die armen Groots. Die greifen ja... Die greifen ja mich an, ne? Alter! Junge, das macht ja übelsten Damage. Ich wusste gar nicht, dass wir mit dem Stock auch... Also, ich wusste, dass wir mit dem Stock zuschlagen können. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass das ernsthaft ein Damage macht. Kann man machen. O2 can do. Oh, nee, auf die... Also, auf die hab ich wirklich gar keinen Bock, ne? Stark. Oh, mein Gott! Junge, die sind ja komplett... Also, wenn du auf Stärke gehst, sind diese Ritter... Bodenlos, Tanki. Aber die sind ja komplett vulnerable gegen Magie. Alter, ich dachte, der ist Magie-immun, weil der aus Stein ist oder so. Ich bin mir einfach gewoneshottet. Bruder, muss los. Grot? Wird das nicht Groot ausgesprochen? Boah, keine Ahnung. Was sagt er denn im Film immer? Also, ich hab die Filme ja alle gesehen. Was sagt er? Sagt er, ich bin Grot oder ich bin Groot? Ich glaub, er sagt, ich bin Grot im Deutschen. Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Groot? Na gut. Na glaub ich dir das mal. So, ich glaub, da oben kommt... Ach, scheiße. Ich wollt doch mehr als Mensch rumrennen. Das vergesse ich die ganze Zeit. Das nervt mich. Ich kann ihn nicht anvisieren. Jetzt. Oh, shit. Hä? Ich liebe es. Aber wir haben keine Seelenpfeile mehr. Das ist ein bisschen nervig jetzt. Wolfsring. Verstärkt Balance. Boah, halbiert TP ist halt wirklich, wirklich... Das geht nicht. Das ist halt so unsexy, ne? Das ist... Das ist too much. Das ist too much. Nee, nee. I can't. I can't. No Hitrun machen. No Wrist, no Fun. Das Problem ist... Der... Der ist auch nicht worth, der Ring. Weil der macht nicht, dass du mehr Damage machst. Also wenn da steht, verstärkt Magie. Sondern wir haben ja unsere... Ich weiß nicht, ob ich das hier irgendwo sehe. Genau, rechts. Wir haben ja... Ich weiß nicht, ob ihr seht hier meine Maus. Wir haben ja praktisch rechts, wo Zauberei-Slots steht. Da haben wir ja drei Slots für Zauberei. Jetzt können wir Skill-Punkte in Zauberei packen. Dann kriegen wir irgendwann einen vierten Slot. Einen vierten Slot oder einen fünften. Der Ring macht nur, dass wir ein oder zwei Slots mehr bekommen. Was total nicht worth ist. Und auf gar keinen Fall worth ist. Im Gegensatz zu, dass wir nur noch halbe Gesundheit haben. Also würden wir jetzt irgendwie geisteskrank mehr Damage machen. Würde ich es irgendwie noch einsehen. Aber nur für so einen Kack-Tauber-Rei-Slot. No way. No way. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen gucken. Weil wir haben nicht genug Magie, um alles hier umzubringen in dem Dschungel. Wir müssen jetzt ein bisschen gucken, was ist es hier worth, aufgehoben zu werden. Also aufheben tun wir alles, aber was ist es worth, zu fighten? So, das ist eine Sackgasse. Wenn ich da reinrenne, bin ich actually tot. Boah, Junge. Alle rennen mir hinterher. Für mehr Damage würde ich es wahrscheinlich machen, ja. So, ich glaube, wir haben nichts verpasst. Ich glaube, wir setzen uns einmal ins Bonfire und resetten kurz. Mann! Weil der im Weg ist, ne? Du kleiner Penner. Junge, was der Stab für ein Damage macht. Warte mal, scale der mit... Der scalet auf A mit Magie. Junge, wir sind einfach... Wir sind Kampfmagier, Digga. Der Stab scalet auf Magie mit A. Deswegen machen wir so gottlosen Damage im Nahkampf mit dem Stock hier, Junge. Geil. Alter, der hat auch noch die übelste Range. Ja, wir machen mehr Damage im Nahkampf wie mit unseren Zaubern. Das ist auch geil, ne? Das ist auch bombastisch. Hey, 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 hey. Trifft es. Danke. Lebt der? Der lebt! Hey. So. Als mit Zaubern. Das ist Dialekt. Das ist künstlerische Freiheit. So. Der Lappen steht auf. So. Den müssen wir kurz ermorden. Hey, hey, hey. 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 See ya. Steingroßschild. Wir sind doch jetzt beim Butterfly, oder nicht? Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, fuck. Ne, wir sind nicht beim Butterfly. Doch, wir sind bei... Sind wir? Sind wir nicht? Sind wir? Doch, 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 doch. Da hockt er einfach. Kommt er hoch? Oh, bist du ein dummer... Mann. Ja, bleib da unten, Alter. Nerv mich nicht. Ich will meine Zauber nicht wasten. Da hockt der Butterfly. Steinritter muss man auch für Platin abfarmen. But why? Warum? Let's go. Let's go. Komm her, Junge. Komm her. Ich mach dich kaputt. Ich mach dich kaputt. Okay, okay, okay. Entspann dich. Entspann dich. Also. Ja, wir dürfen auf jeden Fall nicht vergessen zu dodgen, ne? Also. What? Er trifft ihn nicht. Bang ihn. Easy. Seele-Mondlicht-Schmetterling. Give me them souls. Give me them souls. 10.000. Geht. GG. Wie viel Damage du machst? Ja, du musst überlegen. Der... Normal... 90% der Menschen spielen ja auf Stärke. Oder auf Decks. Gefühlt. Also Dark Souls Magie spielen ja ultra, ultra wenige. Das heißt, im Normalfall, wenn du diesen Schmetterling bekämpfst, kannst du 90% vom Kampf nichts machen, weil du Nahkämpfer bist und der fliegt. Dann setzt er sich nach einer Minute irgendwann hin, dann setzt er sich nach einer Minute irgendwann hin und dann ist dein Damage-Fenster, aber nur für 10 Sekunden oder so. Dann fliegt er wieder weg und dann musst du wieder warten, kannst nur ausweichen. Deswegen ist der relativ squishy. So, der hat relativ wenig Leben. Wir haben halt hier als Mage wieder einen Riesenvorteil. Wir können ihm einfach auf die Fresse hauen, während er fliegt. So, göttliche Glut, Wachtturm, Kellerschlüsse. Heimkehrknochen. Heimkehrknochen wäre gar keine schlechte Idee, weil wir sind hier fertig. Ich glaube, das machen wir diesmal auch ausnahmsweise. Heimkehrknochen. A random guy. Hallo, hallo, hallo. Das ist Dark Souls 1, das ist korrekt. That's right. So, und hier. Boah, hier habe ich es auch gehasst. Also hier gibt es einen, einen super geilen Trick 17. Das ist er nicht. Also das sind alles richtig crazy Mofos hier. Ja. Ja. Zieher! So. Na, 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 na. Das machen wir nicht. So nicht, mein Freund. Beste Seelen-Farm-Spot im Game? Definitiv. Aber auch ein bisschen tricky. Wie man gerade gesehen hat. Ist nicht ganz so einfach. Und ich bin auch ehrlich, Seelen-Farm ist mir eigentlich... Seelen-Farmen ist mir eigentlich zu dumm. War noch nie mein Ding in Souls-Games. Seelen zu farmen. Weiß ich nicht. Fühl ich irgendwie nicht. Seer! So geil. So geil, Junge. So, und hier weiß ich noch... ...dass der komplette beschissene Wald... ...angefangen hat zu leben. Hier gibt's ein so-n-Item-Set. Wo er hinschießt. Wie tacky der Baum ist. Oh, da hinten. Da hinten kommt schon der nächste. Hier gibt's ein Item-Set. Junge, von wo lock ich den an? Er kommt einfach von Farum-Azula hergerannt, Junge. Aber er ist halt dumm, ne? Ah, nee, doch nicht. Nein! What? Danke. Äh, es gibt hier ein Item-Set. Wenn du das aufhebst, hängt dieser Wald an zu leben. Junge, alles um dich rum bewegt sich auf einmal. Ja, guck mal. Da stehen drei Bäume. Hier. Und da kommt auch noch einer. Äh, es ist crazy, ne? Es ist... Es ist wirklich crazy. Hallo! Darf ich den anvisieren? Danke. Guck mal, guck mal, was hier abgeht. Okay, wir müssen den Ersten jetzt hier killen. Danke. So, jetzt musst du sterben. Die Range ist so asozial von denen. Ja, Alter. Dein Ernst? Ich bin tot. Uh! Kill ihn. Mann! Scheiße! Keine Fresse, Alter. Junge, was die für eine Range haben. Das habe ich gar nicht so in Erinnerung. Also, ich wusste, die sind krass, aber... Ist die so eine übelste Ranger? Huh. Für 100 Seelen, ne? Für 100 Seelen pro Kackbaum, Alter. Hab Orientierung verloren. Wir haben vorhin so ein großes Steintor aufgemacht. Und da sind wir jetzt durchgegangen. Ich kann nicht mehr, ich pack das nicht mehr. Das habe ich vorhin gemeint. Du kommst hier hin und der Wald bewegt sich auf einmal alles. Wie viele Bäume waren das jetzt, Junge? 8, 9? Anstrengend. Sehr, sehr, sehr anstrengend. Aber wir sind nicht gestorben. Das ist das Allerwichtigste. Und hier liegt irgend so ein Set. Irgendwas mit O. Östliche Stulpen. Auch geil. Ich habe keine Ahnung mehr, was hier liegt. Außer, dass es mit O irgendwie anfängt. Mit O oder mit Ö. Kann das alles nicht mehr? Ja, ich kann das wirklich alles nicht mehr. So. Hier. 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 Hier ging es irgendwo runter. Ne? Genau. Da ging es runter. Und da können wir dann auch wieder hoch. Da möchte ich jetzt aber noch nicht hin. Und irgendwo ist hier, glaube ich, auch der Shortcut von der Hydra. Also von der Hydra gibt es einen Shortcut hier hoch. Da liegt noch ein Item da hinten. Das sehe ich von hier schon. Jetzt kommen erstmal wieder 78 Bäume, oder? Ich weiß, dass... Ja, ach du Scheiße. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Ja, okay. Okay. Entspann dich. Chill. Chill. Da ist noch ein Bogenschütze. Ich muss nur aufpassen, weil der... Nein, ich habe kein Heel mehr. Und da ist ein Baum. Zieh ja. Wo bin ich? Ich habe gar keine Orientierung mehr. Ich muss nur aufpassen, dass er mich nicht backsteppt, wenn er mir hinterher rennt. Wenn er auf einmal hinter mir steht und zuschlägt, dann kriege ich halt einen übelsten Backstep ab. Also no shit. No shit. Ich brüchte irgendwas, einen Zauber, der mich heilt. Woher kommen die denn immer? Na, die stehen halt in diesem Wald rum. Die stehen in diesem Wald rum und sobald du zu nah rankommst, triggerst du die halt. Und dann kommen die halt und natzen dich, Digga. So. Und again. So. Nein, Junge. Komm hierher. Ist eher ein dummes Stück Scheiße. Jetzt. Nein! Und genau deswegen ist Seelenfarmen für Kacklappen, Alter. Äh, halt's Maul, als ob ich das verfolge. Das ist der traurigste Kampf, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, Junge. Zieh! So. Junge, was? Prick 19. Warum fliegt der denn da immer runter, weil der Scheiße ist? Oh, warte mal, ich hab irgendwas von rechts gehört. Was ist der? Komm mal mit, komm mal mit. Komm, ich zeig dir mal was. Komm, kleines Geheimnis. Ich zeig dir mein Geheimversteck. Na, komm, komm. Ich zeig dir mal einen echten Hasen. Aber wenn du hier runterguckst... Oh, nee. Das war... Das sind zwei? Ey, 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 ey. Junge, nicht durch die Wand. Nein, 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 nein. Du musst schon hier hochkommen, komm. Du musst schon hier hochkommen. Na, komm. Komm. Zieh! So. Na, komm. Na, komm. Na, komm. Oh, mein Gott. Ich dachte, ich fliege hinterher. So. Der hier macht brachialen Damage mit seiner Axt. Ich bin mir relativ sicher, dass der uns one-shottet, wenn er uns trifft. Ich überlege gerade, ob ich den mit der... Das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm, ne? Er dodged mich? Das hat irgendwie gar kein Damage gemacht. Kann das sein? Oh, mein Gott. Okay, er one-shottet uns nicht. Aber noch so ein Hit überleben wir nicht. Mann! Er denn für einer? Ich muss sagen, gegen solche Gegner... Er ist so ekelhaft als Mage. Also... Normal parrischst du den halt... Und dann stichst du ihn ab, ne? Also... Ciao. Boah, Alter. Super anstrengend. Der sieht aber auch stark aus. Na, an sich so sehen die alle relativ stark aus hier in dem Wald. So, und jetzt kommen noch mal zwei. Vor denen habe ich auch echt Respekt, muss ich sagen. Genau, einer links, einer rechts. Ich glaube, wir fangen mal hier mit Legolas an. Scheiße. Seitdem müssen wir jetzt schnell machen. Nein, 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 nein. Das geht so nicht. Ich kann die nicht beide fighten, Junge. Mann! Och, fick dich, Junge. Warum muss er diese Kack-Kliffe runterfallen? Lächerlich, Alter. Junge, er hatte ein HP und er stirbt einfach nicht. Und dann floh es damit. Das war also lines der Kack salt. S attempts nach Matta-Kliffe. Junge, wo kommst du her? Oh fuck, Erz befreit. Alter, wisst ihr was, ne, wisst ihr was, ihr seid alle solche Kacklappen, Junge, ihr seid alles so richtige Kacklappen, komm, na komm, komm mit, komm mit, komm, ich zeig euch was, komm, komm, putt, 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 wenn der Baum da auch runterfliegt, lau ich mich kaputt, alter, nee, der Baum haut ab. Na komm, see ya. Das ist aller, das ist das Traurigste, was ich in meinem Leben gesehen hab. Na komm, nein, 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 aus, aus. Bist du scheiße, Junge. Ja, durch die Treppe. Er ist so richtig kacke, ne? Also. Ja. Ja. Sie ja. So. Meine Güte war der nervig, alter. Kacklappen. Kacklappen. Ich hör' noch was. Fuck. Okay, Jungs, kommt mal kurz mit, ich zeig' euch kurz was. Komm, ich muss euch unbedingt was zeigen. Wirklich nicht weit. Aber wenn ihr hier hochlauft, ne? Okay, und dann hier, hier so an die Kante geht. Einer fehlt. Du fehlst. Ruppe, komm mal mit. Na komm. Na komm. Mann, reg mich nicht auf. Komm jetzt hier hoch. Komm. Komm, 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 komm. Keine Angst. Na komm. Na komm. Oh, das ist gefährlich. Das ist fucking gefährlich. So, jetzt komm. Komm. See ya. So. Okay. Sehr schön. Jetzt. Fehlt noch Legolas da hinten. Wobei wir den, eigentlich könnten wir den leben lassen. Da ist der Baum, auf den hab' ich so gar keinen Bock. Oh, da ist der gar nicht mehr. Doch, da ist er. So, jetzt fällt er wieder runter. Ja. Junge, wie viel Damage seine Pfeile machen, alter. Schau. Oh mein Gott, der droppt sogar was. 5.000 Seelen gab der. Doppelmenschlichkeit. Fahrersbogen. Fahrershut. Fashion Souls. Fashion Souls. Nice. Und ich glaube, der wiegt 1,2. Eventuell können wir dann die drei Fünfer Handschuhe anziehen. Jawoll. Stark. Der ist doch Hut im Game, der ist schon geil, oder? Oh shit. Gut. So. Aber. Boah. Eigentlich sollten wir jetzt leveln gehen. Nein. Der lebt ja auch noch, Junge. Okay, wir müssen uns... Komm mal mit. Komm. Ich zeig dir was. Ich zeig dir was. Ich zeig dir was. Komm her. Komm her. Ich kill den nicht nochmal, Junge. Der war so nervig. Komm. Nein. Komm her jetzt. Komm her jetzt. Na komm. So. Guck mal. Hier. Der kickt mich. Dir. So. Jetzt. Können wir weitermachen. Und jetzt kommt ein elementarer Punkt im Game. Jetzt treffen wir Pascal. So. Das ist Pascal. Okay. So. Das ist glücklich. Genau. So. 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 Ich bin Alvina von der Darkroot Wood. Ich versuche und erkläre, was du sagst? Oh, ja. Und jetzt? Und hier? So. Jetzt ist er da. Also, Basics. Der Wald hier, die sind jetzt alle cool. Diese Boys, die wir gerade ermordet haben, die sind jetzt alle fresh. Der Wald ist jetzt nicht freundlich, aber zumindest diese Dudes hier jagen uns jetzt nicht mehr. Der Wald hier ist ein übelstes PvP-Gebiet. Hier geht es immer richtig dreckig ab. Hier gibt es richtig Ackermatch. Wir haben jetzt einen Eid geleistet und einen Ring bekommen. Wenn wir diesen Ring jetzt anziehen, werden wir zu einem Verteidiger dieses Waldes. Und dann können praktisch Leute, die in diesem Wald invaded werden, uns zur Hilfe rufen. Und dann wirst du automatisch praktisch zur Verteidigung von irgendwem. Aber du musst dafür diesen Ring anziehen. Du wolltest doch menschlich rumlaufen. Ja, das Problem ist, hier in dem Wald kannst du, du kommst nicht von A nach B. Weil der Wald hier ist Ackermatch. Hier ist PvP-Gebiet des Grauens. Und wenn du in dem Wald menschlich bist, dann wirst du nur noch invaded. Wirklich, du kommst keine drei Meter mehr weit, weil du nur noch invaded wirst. Deswegen ist es hier grad schwierig. Bist doch Pro-Gamer. Ja, aber ich würde gerne noch Sith ermorden. Steinhilm. Ich würde gerne noch den nächsten Boss machen. Wir haben noch so 20 Minuten, ein halbes Stündchen. So, jetzt, wo ist Max? Irgendwo hier rennt Max rum, ich weiß es doch. Wo bist du? Deiner Schlingel. Da! Junge, Max und Reek. Einfach Max und Reek. Und das sind ich und Karim. So, was halten die von Magie? Ah, nicht viel. Nicht viel. Ich glaube, ich würde die leben lassen. Nein. Oh mein Gott, Junge. Alter, hat der mir eine Bombe gegeben? So. Blaue Glut. Das ist wahrscheinlich, Magie ist ja blau. Wir sehen es unten links am Seelenpfeil. Ich nehme an, die blaue Glut. Also die Glut wird immer gebraucht, um Dinge, um Waffen umzuwandeln. Also das heißt, wir haben eine göttliche Glut. Dann können wir eine Waffe zu einer göttlichen Waffe machen, die scalt dann mit Glaube. So, und genauso können wir eine Waffe zu einer magischen Waffe machen, die dann mit Magie scalt. Und ich nehme an, dafür brauchen wir die blaue Glut. Warum heute so kurz? Naja, wir machen so bis um 11. Aber ich muss morgen arbeiten. Ich muss morgen um 7.30 Uhr auf Arbeit sein. Ja, ich muss so alle drei, vier, fünf Wochen muss ich samstags arbeiten. Und leider ist das morgen der Fall. Ich habe jetzt schon die Melodie im Kopf. Bester Bosskampf. Beste Muckel. So cool. Boah, ich habe Gänsehaut, ne? So geil. So ein cooler Bosskampf. Ah, wir machen keinen Damage, ne? Ah, wobei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Scheiße, ich hätte das Ich hätte das Feuer verbessern sollen auf 10 Flas Das, what? Ich bin gerollt Er hat nichts gemacht Achte, du Ja, Siv ist relativ strong Also hier finde ich auch, hier kann man mal wieder gut sehen Der Weg zum Boss in Warte mal Nein, ich bin ein Ich spiele doch offline, Junge Ich wundere mich gerade, wir können menschlich werden Ich wundere mich gerade dass ich keine Nachrichten auf dem Boden habe Und dann fällt mir wieder ein, dass ich ja offline entspiele, damit ich nicht invaded werde Damn So Aber ich glaube, wir haben nichts verpasst Ich glaube, hier gibt es kein hier gibt es kein NPC Invade Deswegen nicht so schlimm So Okay Also ich fand den Try gerade gar nicht mal schlecht Der war eigentlich ganz in Ordnung für den ersten Try Ich glaube, zwei, drei Versuche Dann haben wir den Ein bisschen besser dodgen Das war's eigentlich Rest geht von allein Ja, ja Und wir haben natürlich zehn Tränke Das kommt auch dazu Aber Ja Wenn er mich one-shottet oder ich gar nicht dazu komme mich zu healen Dann bringt mir das auch nichts Woher überhaupt? Wir sind jetzt menschlich Und menschlich kannst du einen Bonfire entfachen Mit einer Menschlichkeit Und dann kriegst du zehn Tränke Das geht später noch bis 15 und sogar 20 Man ertrifft ihn nicht Bis zum nächsten Mal 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 Der, den, den Move finde ich ja grauenhaft, ne? Also, der geht ja gar nicht. Okay, wo auch immer er den hingeschossen hat. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er weiß es selber nicht so genau. Da bin ich zu spät gerollt. Ich, ich, ich bin gerollt, Alter. Ich habe diese Drextaste gedrückt. Alter, ich drücke Kreis und er rollt nicht. Da kann ich dann natürlich auch nichts, äh, machen dagegen. Boah, wir haben echt wenig Kondi. Ich muss sagen, das fällt mir auf bei, äh, es gab einfach Fallschaden. Äh, bei Elden Ring. Wenn du bei Elden Ring, äh, wenn du nicht, nicht im Kampf bist und du sprintest, verbrauchst du keine Ausdauer. Was so geil ist und hier halt nicht. Und dann sind natürlich hier die Wege zum Boss deutlich länger. Du hast kein Pferd. Mein Vater sagt gerade, der kriegt ja gar nicht mit, wie du dich freust, wenn du stirbst. Der guckt mit mir. Coole Sache. Liebe Grüße. Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus. So. Scheiße. Sehr schön. Sehr schön. Ne, habe ich wieder nicht ganz verstanden. Ich bin tot, oder? Ne. Jetzt bin ich tot. Der war knapp. Der war auch knapp. Oh, shit. Oh, shit. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus hier, ey. Oh, shit. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Fuck. Komm schon, komm schon, komm schon. Keinen falschen Fehler machen jetzt. Scheiße. Oh mein Gott, erhumpelt. Wie traurig, Alter. Wie fucking traurig ist das denn? Das ist traurig, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. GG. Es fühlt sich nicht gut an. Du Mörder. Es fühlt sich nicht gut an. Also. Ganz kurz, äh, paar halbgare Fakten am Rande. Dieser Hund hier, äh, sein Herrchen hieß Artorias. Den werden wir im DLC noch kennenlernen, sein Herrchen. Und Artorias ist in den Abgrund gegangen und wurde vom Abgrund verseucht und ist böse geworden. Und, ähm, das hier ist sein Grab von seinem Herrchen, von Artorias. Und Siv, also der Hund, den wir gerade ermordet haben, will zwei Dinge. Er will A, das Grab von seinem Herrchen beschützen und B, will er uns davor beschützen, auch in den Abgrund zu gehen. Und das ist der einzige Grund, warum der Hund gegen uns kämpft. Nicht, weil es ein böser Boss ist, sondern weil er sein Herrchen beschützen will, beziehungsweise sein Grab und uns davor in den Abgrund zu gehen. Und das macht diesen Kampf so traurig. Das nur so am Rande. Hallo, Didi-Schnauze. Da kommt man neu hier dazu und es werden Hunde getötet. Nicht, weil ich es will, aber weil ich muss. Ich bin auch nicht glücklich. Ich bin nicht glücklich. Der Sieg hat sich nicht gut angefühlt. Herzlich willkommen im Stream. Eine Trauerminute. Herzlich willkommen bei Jäger. Herzlich willkommen im Most Cringe Stream westlich des Atlantiks. So, jetzt bin ich am überlegen. Es gibt hier irgendwo... Es gibt hier irgendwo... Also... Ich weiß, es geht hier irgendwo noch weiter. Die Frage ist nur momentan so... Ja, 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 ja. Okay, 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 okay. Frage ist, macht es Sinn? Weil wir halt nur noch... Also wir haben nur noch 29 Seelenpfeile. Wir haben nur noch den schwächsten von unseren Zaubern, leider. Seele Ehrenwerter Ritter. Okay, krass. Ähm... Wir haben halt auch 43.000 Seelen dabei jetzt. Oh mein Gott, habe ich mich erschreckt, Alter. Nein, ich bin stark. Oh mein Gott, er hat mich... Er hat mir den Arsch gerettet. Der hat mich rückwärts da durchgeschuckt, wo ich eigentlich nicht durch konnte. What? Wie die Schnauze. Vielen, vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen hier bei den Jägern. Nein, 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 nein. Alter, Junge, was ist denn jetzt los? Holy shit. Nein, nicht die zweite. Vielen, 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 vielen Dank für deinen Sub. Er kommt hier einfach rein und abonniert. Crazy shit. Vielen Dank dafür. Okay, wir... Also... Ich meine, der ist angeschlagen, den könnten wir eventuell noch zumindest finishen. Ja, ich glaube, den haben wir. Ich bin mir halt nicht sicher, ob die respawnen. So... Kommen die jetzt von alleine wieder her? Ja, okay, oder? Ja, ja, ja. Scheiße. Jetzt ist es halt eklig, ne? Jetzt haben wir keine... Wir haben halt keine... Keine Zauberaufladung mehr jetzt. Ey, ich finde das so asozial, wie er 100% in meiner Hitbox-Animation ist, aber er ihn einfach... Er keinen Schaden macht. Er trifft ihn einfach nicht. Also, ihr wisst, was ich meine, oder? Ihr seht's ja. Der Stock geht durch ihn durch. Aber ich krieg keinen Treffer gut geschrieben. Ich hasse mein Leben. Junge. Wait a minute, wait a minute, wait a minute. Entschuldigung, Pestel. Es war ja ein Sack hier. Das habe ich, äh, übersehen. Aber jetzt habe ich's gesehen. Pestel. Vielen, vielen Dank an dich für dein Sub-Gift an die, die Schnauze. Ja, das ist doch... Ja, natürlich bemerke ich sowas. Vielleicht nicht sofort, aber... Ich bemerke's. Also, ich glaube... Wir werden irgendwann in den nächsten 50 Minuten auch noch diese zwei Katzen hier töten. Junge, erst, erst töten wir Hunde und jetzt Katzen. Oder? Why not? So, ein Hit noch. Der noch ein Hit. So, du kriegst auch noch... Hier, komm, komm! Danke. Nein! Oh, mein Gott. Oh, die sind schon scary, ne? Wenn die den Mund aufmachen. Huh! Großen Mund, Alter. Sieht übelst scary aus, wenn die dich so angucken. Jetzt stirb! Ne, doch nicht. Mann, es hat eine Stunde gedauert. Jetzt bin ich tilted, Alter. Jetzt bin ich fucking tilted. Junge, er hat... Er grabbt mich. Er hat einfach einen Grab, Alter. Er hat einfach einen fucking Grab, der mich one-shottet. ging jetzt so eine Scheiße, musste der erst mal ausdenken. Und der eine hat noch einen Hit gebraucht und der andere noch zwei. 46, ja, ja, hab ich gesehen. Ich seh ja den Death-Counter, den ihr macht. I did see it. Ich hoffe, die eine, die wir schon gekillt hatten, ist nicht gerespawned. Ich hoffe, die sind für immer tot. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Wenn mich nicht alles täuscht... Ja, die respawnen nicht. Zwei sind übrig. Super, hast du gut gemacht. Schön gegen den Baum. Diesmal soll es etwas schneller gehen, weil wir wieder Magie haben. Und wieder gegen den Baum. Und wieder gegen den Baum. Auch. Ja, spielt sich ein bisschen angenehmer, ne? So, ein Hit noch, Junge. Komm her, komm her, komm her. Oh mein Gott. Ich hab hier grad, by the way, 45.000 Seelen liegen lassen, ne? Also wenn wir auf dem Weg hierher gestorben wären, oh mein Gott, wir müssen unbedingt unsere Seelen ausgeben. Ich renne hier mit 45.000 Seelen rum. Ich tilte hier in alle Richtungen, Alter, wenn wir die verlieren. Gigi. 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 So, jetzt bin ich am überlegen, wir sind jetzt hier eigentlich soweit fertig. Also wir haben hier, glaube ich, alles gemacht. So, das hier ist nämlich der Shortcut zur Hydra. Da unten ist die Hydra, die wir vorhin geklatscht haben. Wir haben den Schmetterling, wir haben die Hydra. Wir waren im Drachental unten, wir haben den Zombiedrachen gekriegt. Frage ist, wir haben jetzt im Endeffekt, glaube ich, zwei Optionen. Die eine sind die Katakomben und das andere ist Takeshi's Castle. Das befreien? Wie das befreien? Was sind das befreien? Was ist schwerer? Es gibt sich nicht viel, ist beides scheiße. Beides, beides garstig. Oh shit. Jan in Benem. Vielen, vielen Dank für deinen Sub, Junge. Im siebten Monat. Bald kriegen wir ein Kind, Junge, bei neun. Im neunten Monat. Danke dir, ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Ich gebe dir Montag in acht Wochen, wenn wir uns auf Arbeit mal wieder sehen. Wenn wir gleichzeitig da sind, gebe ich den Kaffee aus. Neben der Hydra ist doch eine Höhle mit einem Kristallgolem. Änderst du dich? Ja, ja, aber das würde ich, glaube ich, am Ende machen, wenn wir in den DLC gehen. Da machen wir das alles in einem Abwasch. Merke ich mir, boah, kannst du gerne machen. So, jetzt wird erst, jetzt wird richtig sanig gelevelt, Junge. Frage ist nur, was? Das war's schon wieder. Mehr können, oh mein Gott. So. Ja, Kondition war dumm. Kondition war richtig wasted, weil das brauchen wir eigentlich nicht. Als Mage. Aber egal. Ein bisschen was. Zum Sprinten, ne? Alles Ultra-Lone, dann Int 40 und Damage machen wir irgendwie trotzdem keinen, ne? Smooth. Du machst doch Damage. Ja. Ja, irgendwie schon. Aber jetzt nicht den Damage, den ich gern machen würde. Aber wir haben natürlich auch noch nicht die überkrassen Zauber. Also wir sind auch zaubertechnisch noch relativ, relativ wack ausgestattet. So. Jetzt geben wir dem unsere Glut. Damit kann ich nicht umgehen. So, die Glut will er nicht, die andere. Okay. Ich glaube, wir werden in die Katakomben gehen. Ich glaube, wir gehen in die Katakomben. Weil ich glaube, das wäre auch so rein logisch. Ne, warte mal. Wir haben Katakomben. Wir haben, äh... Wir haben Katakomben. Wir haben Takeshis Castle. Und wir haben... Wir haben doch noch irgendwas, wo wir hingehen können. Was gibt's denn noch? Gerade hatte ich's im Kopf. Ich glaube, wir haben drei offene Wege, die wir theoretisch gehen könnten. Da bist du jetzt... Ja, ja, die... Also, die Welt von Dark Souls ist total abgefahren. Du denkst dir, du bist 30 Spielstunden weit weg vom Ausgangspunkt. Du läufst durch eine Unterführung, weil du irgendeine Abkürzung gefunden hast. Und du bist wieder am, äh... Am Anfang. Das ist super abgefahren. Das gibt's heutzutage wirklich nicht mehr. Also, ein Worldbuilding wie in Dark Souls 1, weiß ich nicht, welches andere Game das noch so hat. Kenne ich von keinem Game, in der Art und Weise. Also, als... Am nächsten kommt noch Dark Souls 2 hin. Äh, Entschuldigung, Dark Souls 3. Aber auch da... Nicht in der Art und Weise wie hier, also. So, den... Den Knecht hier haben wir doch befreit. Das ist doch der Mage. Der soll mir jetzt mal ein paar Zauber verkaufen hier. Seelenpfeil haben wir. Schwerer Seelenpfeil. Großer Seelenpfeil. Sturz-Kontrolle? Oh mein Gott, das benutzen die ganzen Speedrunner. Da kriegst du keinen Fallschaden mehr. Großer, schwerer Seelenpfeil. Boah, das will ich haben. Zauberwaffe. Zauber für Schwerter führende Wirker. Magiestärkung rechte Waffe. Akustischer Köder. Zauberschild. Seelenpfeil. Wirkungsvoll gegen Eisenrüstungen, harte Schuppen und andere physisch robuste Materialien. Schwerer Seelenpfeil, großer Seelenpfeil. Okay, also den großen, schweren Seelenpfeil, den hätte ich wirklich gerne. Kostet halt 8.000. Kriegen wir 8.000 zusammen? Was gibt es? 8.000, oder? Geil. Gimme that shit. Gimme that shit. So. Ah, genau. Pascal. Ich weiß, was ich gerade gemeint habe. Neulondo. Das sind die drei Wege, die wir gehen könnten. Takeshi's Castle. Tata Compton. Neulondo. Nein, wir haben kein Bonfire hier. Oh, nee. Nee. Haben wir noch für See? Seele Ritter gibt, glaube ich, 5 oder 4. Drei. Drei. Fünf. Okay, okay, okay. G-Katakomben. Ja, das werden wir auch machen. So, den holen wir uns auch noch. Wobei... 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 Wobei wir natürlich, wenn wir jetzt... Also, wenn wir jetzt in die Katakomben gehen... Dann wird es da einen Punkt geben, an dem können wir noch nicht weiter. Story-technisch. Dann müssen wir alles wieder rauslaufen. Wenn wir aber erst nach Anor Londo gehen... Kriegen wir die Fähigkeit, uns zu teleportieren. Das heißt, wir laufen einmal in die Katakomben, teleportieren uns raus. Und die Katakomben sind wirklich garstig. Also, die sind wirklich räudig. Da willst du nicht wieder rückwärts rauslaufen. Da willst du dich einfach nur noch wegporten. Hallo, Kelua. Was geht? Wir sind am Dark Souls-Zocken. Aber wir machen jetzt gleich Schluss, leider. Ja, ich weiß, Pascal. Nach Anor kannst du dich ja teleportieren, aber... Ich habe keinen Bock jetzt auf Anor Londo schon. Ich war eigentlich immer erst in den Katakomben. Nennt er mich Kelua? Seit wann nennst du mich so? Keine Ahnung. Seit jetzt. Nächstes Mal nenne ich dich Asta. Asta la Vista. Dann Takeshi's Castle? Nee, nee, nee. Wir gehen schon die... Wir gehen am Sonntag in die... Nee, Sonntag ist Zelda. Wir gehen am Montag in die Katakomben. Komm. Komm, damit ihr so einen kleinen... So einen kleinen Teaser bekommt. Gehen wir noch in die Katakomben. Greek? Bis zum ersten Bonfire. Wie hässlich er ist. Chosen undead. Ich wünsche dir, dass du deinen Feind verletzt hast. Du siehst? Sehr gut. Dann bin ich glücklich, dass du dich verletzt hast. Chosen undead. Du Feind. So dass du den Feuer mit dem Feuer zu diesem Ende hast. Ich bin glücklich. Ist es so? So, okay. Na gut. So, hier waren wir ja schon mal. Aber nur ganz kurz. So, wie magieanfällig sind die. Ich treff sie nicht. Okay, immerhin kriegen die Magie-Damage. Immerhin kriegen die ein bisschen Magie-Damage. Das ist in Ordnung. Dann könnte es vielleicht sogar machbar sein hier. Dann wird es vielleicht nicht ganz so schlimm. Okay. Wie die rennen. Ich bin glücklich. So. Wir sind sogar noch menschlich. Beihänder. Wäre geil, wenn wir Stärke spielen würden. Was wir nicht tun. Und Löw-Fernglas. Hi. I'm fine. Thank you. Ah, es geht. Zu spät. Ihr seid alle zu langsam. Wir müssen jetzt einmal irgendwie kurz hier durchsprinten. Ah, das wird jetzt... Ich hasse es hier unten. Es ist so kacke hier, Alter. So, okay, das Schlimmste ist geschafft. Also, nicht wirklich, aber halt für jetzt. Which game do you stream mostly? Uh, Souls games. Elden Ring, Dark Souls, Bloodborne, Dark Souls 2, Dark Souls 3. So, okay, wait a minute. Wir haben, wir haben... Hier brauchen wir das jetzt elementar. Hier brauchen wir unbedingt Menschlichkeit. Äh, it's just entertaining. If it becomes more, it's fine, but... If it doesn't, it's fine too. So, jetzt können wir hier entfachen. Und haben 10 Flas. Jäger kann ja Englisch. Junge, ich bin gefühlt bei mir auf Arbeit der Einzige, der Englisch kann. Immer wenn irgendwelche englischen Menschen da sind, muss jedes Mal ich die betreuen, weil kein anderer Englisch kann, Junge. Das ist so cringe. So, das, das nächste Bonfire ist, ist... Irgendwie sind die scheiße zu treffen. Kann das sein? Oh. Äh, I don't think so. It's not necessary, but thank you. Äh, I think I already know what you wanna offer. So, it's fine. Ähm... Bitte nicht wieder Bloodborne. Brauch ich auch nicht nochmal. Bloodborne ist, äh... Bloodborne ist einfach nicht Dark Souls. Ich würde Bloodborne nie im Leben nochmal spielen. Never. Außer es kommt als Remaster vielleicht, mit 60 FPS oder einem PC-Port. Dann, okay. Aber Bloodborne... Boah, nee, das war so anstrengend, Junge. Das war so... Also... Das war jetzt auch nicht schlecht. Das war jetzt nicht kacke, aber es war einfach anstrengend. Egal. Da ist drum. Äh... Wir machen Feierabend. Ich gehe jetzt schlafen. Weil ich morgen früh arbeiten muss. Äh... Sehr, sehr schön, dass ihr da wart. Auch wenn mir heute ein paar... Äh... Ein paar Kandidaten hier gefehlt haben. Grüße gehen raus an den... An den lieben Philat und, äh... An den lieben Madnix. Die werde ich mir nochmal zur Brust nehmen, wenn sie wieder da sind. Oder falls ihr das auf YouTube sehen hier, die kleinen Schlingel. Ich habe gesehen, dass ihr nicht da wart. Ähm... Allen anderen? Ich gucke mal im Urlaub rein vielleicht. Sehr gerne. War wieder ein schöner Stream. Schlaft alle gut. Du auch. Freut mich. Ich fand's auch schön. Ja, Marcel, Junge, du hast doch Prime. Man muss keine Werbung gucken. So, auf jeden Fall wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Eine gute Nacht. Äh... Schlaft gut. Max, dir, wenn man sich nicht mehr sieht, äh... Viel Spaß im Urlaub. Und, äh... Alle anderen sehe ich am Sonntag wieder hier. Auf einen Stream, äh... Bis tief in die Nacht. Und, äh... Ansonsten... Bis zum nächsten Mal. Schlaf gut. Und wir sehen uns. Jäger out. Ciao, ciao. Wie, du benutzt dein Prime für jemand anderen? Das ist ja gottlos. Das ist ja gottlos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.